hallo und herzlich willkommen zu einer neuen grandiosen volk aber das was du gemacht hast ne ist das was mich immer aufregt weil es play warum war nicht so blöd und grins nicht so doof du meinst ein spoiler kommen ich mache sonst soweit nicht ein bisschen Bier ausschenken, was? Oh ja, ich komme auf dazu. Ich habe immer gerade noch ein Bier, Alter. Der hat gerade mitgezählt bei mir. Ja. Ja. Was wünschst du? Danke für die Hilfe. Niemand hat euch Flavor bereitet, oder? Manchmal kann es hier sehr ausgehen. Wobei, die Getränkelieferer in normaler Reise... Ich ziehe Schäme. Oh, was ist da? Was ist das? Das ist ein Kopf? Jo, cool. Laden. Trinkt mir ja gar nichts. Trinkt mir ja gar nichts. Schalzt. Ich brauche jetzt gerade keine Musik. Tut das auf dem Ohr weh. Kommt raus, Digger? Ja. Ich schließe es mir dann. So, welche Quest wollen wir denn machen? Wachen retten. Verdangenheit sammeln ist zwischendurch. Entweder Folterbein oder Wachen retten. Was retten. Dauert eine Weile, bis wir wieder OP sind, was? Ja, klar. Obwohl, so... Fünf Gefangene Wachen befreien. Ach so, das war ja hier. Ich mach mal kurz einen Ausflug. Ausflug in den Tod. Seltenere. Ja, da. Viel Spaß noch. Ja. Alter, hier können wir noch mal ein bisschen über das Turmpoddel schauen. Ich hab hier nur ein Ausflugzeichen irgendwie. Ich nicht. Ja, spielen wir mal den Tod. Ne? Ey. Wusch. Alter, das hat mich gleich mal im Level abgemacht. Ja. 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 Du Scheiße. Ah, ich darf was machen. Ich darf bei Stärke. Ja. Ja. Gebe ich noch einen Punkt. Und bei... Oh, du kommst noch. Was? Eine Dutonie. Ah. Konsempfation, ne? Oh shit. Ja. Die Dutonie. Nimm mir denn. Okay. So. Vielleicht. Jetzt machen wir noch was rum jetzt abgemacht. Oh Gott, ich hab vergessen. Ja. Du musst mir nur noch alles. Hä? Ich muss mir noch alles noch. Was? Ich mein nicht. Ich habe da nicht weiter gehabt, außer dass... die Grundkräfte... Ja, das wäre doch cool. Schau mal rein. Hier oben soll das die Quest. Ich stehe verrat. Was denkst du, wo ich bin? Ich bin im blauen Kreis. Ja. Na dann. Da kommt noch mal nach vorne her. Ja. Ja. Oh, ich will dieses Beispiel dafür nicht gucken. Ja. 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 Ich muss mal hier hinten gucken. Und hier hinten war ich mit dem... Oh, der... Oh, der ist wieder da. Und hier sind sie so übrigens die Kiste. Ja. Ich hab meine Tab-Aufleitung wieder. Sieht aber komplett anders aus. Und das wird wahrscheinlich schon komplett anders sein. Haben wir die Wachen jetzt schon bereit? Ja. 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 Das ist alles gut. Ja. 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 Wow. Zwei mal Kugelschritte. 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 Zerstörte... Das hat schon... Oh, jetzt machen wir wahrscheinlich... Ich muss ja nicht 3 machen... Oh, ey, Jaul wäre nicht schlecht... Scheiß Jaul... Ja, ja, das ja... Ja, diese Quest ja wie... Ach ne, da liegt es bei mir nicht... Wo ist das Ding denn heute geworden? Hier müssen wir die Kuriertasche zurück ändern... Ja... Mann... 900 Meter Einschlag... Abholen, oder? Bei dir abgeht die abgeschlossen? Ne, ich muss auch noch machen... Dekoriertasche? Mö... 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 Ja, da... Ja, dann machst du deine noch... Und das ist da noch mal... Ne... Mö... Mö... Wenn... Mö... Mö... Ich bin... Hm... Mö... 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 Wenn ich hier die Arschung hatte, dann war ich hier nochmal. Das war schon besser. Ich habe die Arschung schon mit. Ich bin mir da nicht mehr. Ich habe die Arschung schon gemacht. Also sind wir die Arschung schon mit dem Arschung. Da drücken zwei Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Musst du die nicht hier vorne abgeben, die eine fest? Nein. War das doch nicht? Da hinten habe ich auch ein Fragezeichen. Ich habe ein Ausrufezeichen dahinten und da ein Fragezeichen. Fragezeichen ist abgeben, Ausrufezeichen ist annehmen. Musst du langsam nachlesen? Weißt du, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe? Das war das letzte Mal zu Halloween. Nein. Wir hatten später schon mal reingeschnuppert. Ah, das war... Ne, gesplittert. Ja, hier die Art Partikel und so, das gedöhnt. Ja, aber da haben wir nichts mit irgendeinem Art Auto gemacht. So, okay. Ach, die Relikte hat's. Da kann man dann noch ein bisschen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Hier oben noch einen. Und umfasste selbst die Stadt Nöderland. Die Ansiedlung von Menschen hier wurde... Ja, das war nicht gerade. Ne, wer hat's? So. Jetzt muss ich, äh... Jetzt müssen wir mal... Jetzt müssen wir mal... Könnte man nicht auf der Karte sehen, wo Ausrufe sein sind? Wir haben doch keine mehr. Na, ich hatte... Ich finde, ich mache noch am Anfang noch eine. Hm. Die würdest du aber am Rand dann von da noch mal sehen. Egal. Und wann auch... Welche Quests machen wir? Welche hast denn du überhaupt? Ähm... Die Splitter ist ja klar. Jagd nach den Relikten. Äh... Grund wählen. Und das Ding mit E. Nein, nicht. Das habe ich nicht. Ich habe noch Kanalplanschen und Orgkopfgeld. Also ich gucke unter J gerade. Achso. Ähm... Orgkopfgeld und Kanalplanschen hab ich so. Dann hast du die hier nicht. Was ist das für eine? Na, hier. Temporal. Nee, das habe ich nicht. Klassendfest. Ich muss schon mal schauen. Okay. Okay. So. 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 ich konnte meine meine abenteuer belohnungskiste aufmachen geben ja du hast der kanalplanschen an ja könnt aber ich bin ja auch dabei ich glaube der wollte dir auch helfen er hat nämlich gerade alle weg gemacht was macht man denn jetzt willst du jetzt kann man schon machen oder was jetzt machen wird wenigstens geschrieben abgehört t h x da war nicht wobei egal Wirst du das jetzt machen oder wie? Wir können den erst Privatnarschen senden, wenn... Ja, ich kann denen keine Privatnarschen schicken, weil ich kein Level 15 bin. Ey, das ist doch ein Scheiß! Weißt du? Ja. Vorsicht, ich versuch zu. Das ist doch beschissen. Bleibst du kurz stehen? Ja, mach ich. Ich hab ihn in der Ohr gestorben. Ich geh auch. Nein, ich hab auch noch etwas. Äh, die haben noch gehalten. Aber das braucht jetzt nicht. So, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. 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 Guck mal, was ist die Post? Ja. 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 Weißverschmeiden. Artefaktor. Ja. Genau. Bestimmt für echt Geld. Das, was ich als Shop habe, Verkäufer gibt es das bestimmt auch. Aber ich vermute mal, das sind welche, die man kaufen muss. Und der Witz ist, das sind bestimmt welche, die gab es mal. Aber die gibt es nicht mehr. Ja. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Was darfst du? Ach so, machen wir das hier auch wieder so, wenn wir Zeug haben, bei Ebay verkaufen? Ja. Ja. Never be. Never be. Oh du Arschloch! Was hältst du noch? Never be. Ich finde das auch lustig. Das ist ja... Ich muss bei mir mal ganz kurz die Seck drücken und da gleich nochmal, Och es ist doch mit dem Fein echt zum Kotzen, ey. Also bei mir hast du keinen Schaden. Nö, ich bin noch einmal durch die Falle geräumt. Ja, normalerweise kriegst du da ja so einen Schaden. Verletzungsdinge da. Du bist, wenn ich bin. Ach, ich hab gar keine mehr. Was? Ja, ich will doch mal gehen da. Ach, scheiße. Halb vor Recht ist Ole Sturm. Warum denn? Du bist doch voll. Ja, aber ich habe eine Verletzung. Also da wird bei mir nicht angezeigt. in deinem Bild. Ja. Ja, aber gucke bei mir. Ich sehe bei dir nur, normalerweise hat man das gesehen. Und da haben wir es gehandelt. Aber wieder. Ja, es geht nicht. Ja, ich bin leid, ich bin in der Falle mit. Du bist ja dem Pilot. Och ich bin leid. 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 Du bist ja dran. Ich bin leid, ich bin leid. Ich bin leid. Ja, das ist mein Standard, Gewölber, das weiß ich schon noch was an Öttung kommt. Die Sammler haben Quarz, die Verhältnungs-Punkte. Tauschen kann man ja noch nicht, ne? Nee, ist so diese Account-Pakete. Was hättest du mal irgendwie geben? Warte? Nein, die Akten-Pakete sind nicht gewesen. Die, die du bekommst aus Kisten sind Account gebunden. Die, die du kaufst kann ich haben. Ja, man kann aber auch welche finden, die nicht Account gebunden sind. Du wirst jetzt gerade nicht abwenden, meine Belohnung fehlt. Ja, ich weiß schon. Oh, das gibt's nicht wahrscheinlich. Hm, 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 hm. Lass mich an. War lieb. War lieb. War lieb. War lieb. War lieb? Vor allem, ich verkauf die ganze Zeit das Quarzzeug. Ah. Danke. Ich hab's auch. Kann man noch zu Verhältnungs-Punkten machen. Ah, aber jetzt noch weiter. Ja. 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 Ich hab genug Pakete. Ja. Ich muss sie dabei holen. Heilung kauf ich. Vor allem hab ich ja meinen wandelnden Heilungsspender immer dabei. Was habe ich auch schon mal für ein? Ja. Once. Ja. Oh, oh, oh. Was ist es gerade dann, doch? Na. Oh, oh, oh. Das ist das, doch. Willst du Arkane? Äh, ob ich eine Banane will? Äh, ne. Ich will keine Banane. Ah, keine. Ich weiß, ich will keine Banane. Ich hab das Paket nicht. Ich will einkaufen. Echt nicht. Abschliessen. Ja sass geht ab Gefängnis. Ja, aber jetzt, dann können wir zurückbauen. Äh, was oben wird Fortbezug dann. Ja, die ich die ganze Zeit loslassen. Nöööööööööööes. Ich will keine Endbolts. Danke schön. Vielen Dank für occass. Ich will keine Lektarch. Dann, ja, Was ist denn der Tor noch? Was ist denn der Tor noch? Na ja, ich sage Leute Kann ich nicht Gibt's da? Kann ich nicht Also, die haben nicht, oder? Nö Ich habe mir fünf von ihr gekauft Ich habe neue Wotten Ich war Gast bei Peter und jetzt habe ich neue Dräder Oh, endlich mal was grünes Du bist ein Schatz, das kann man nicht Verkauft werden Meine ich doch Tja, da ist die Folge auch schon wieder um Ja, leider Ihr seid verrechtet Oh Gott, lass mich doch mal einladen, hinten ja Nach vorne Ach, jetzt sind wir hier hinten Ja, lass uns nach vorne latschen und dann Kommt doch, wirst du mich noch weit raus und dann ist Feierabend Das Schöne ist, ihr könnt ja unten unter der Map unsere aktuelle Zeit sehen Könnt ihr mal sehen, wann wir auch nicht Hab ich auch ziemlich gestört, oder? Hm Hm Hm, und weiter jetzt Aber wir sind ja nicht so wie manch andere Die gleich mal die ganze Zeit nach Fuß springen Und das nur bei einem einzigen gehen Die nennen keine Namen Aber wer die kennt, der weiß bestimmt Ich hab noch mal den Rohastral Diamanten veredelt Bevor ich das mal wieder vergesse Hab ich das schon gemacht Hm Da war schon schneller Das ist ein besser Maximale Treffpunkte Touristen-Klustrenung Weil hier macht es mir relativ viel Grün Aber ich weiß nicht, was besser ist Ähm Mach das dran, wo mehr Grün ist gerade Und das wäre das Ja, dann setz das an Ja Im Moment oder Aber ich weiß nicht mehr Ja, bisschen was Ähm Ähm Das, da Ich hab dann holen wir nochmal Im Port Da sieht ja bei der Portlage aus Und jetzt holen wir noch ein bisschen nach Garnern Es sind fünf Stück, oder? Die es da gibt Äh Es gibt fünf, ja Aber du brauchst nur vier kaufen Ja Ja So Haben wir noch ein bisschen vorgesorgt Goldbarren, was brauch ich denn die Goldbarren? Ich hab keine Ahnung Ja Ah Okay Dann haue ich mir die hier rein Und schieße das über den Jordan Tritt mich? Ja Tschüss So Dann sag mal danke fürs zuschauen Abonnieren, favorisieren Leidet uns am besten an irgendjemanden weiter Wie zum Beispiel auch an Katze Oder an Waldi Ähm Jo Dann sind wir raus Und ciao Ciao Tschüss